hallo leute ich melde mich mal mit einem anderen video als sonst ich habe mir gedacht ich lade mal ein video hoch wo ich alle meine playlisten chronologisch untereinander geordnet auflisten werde vielleicht hat der eine oder andere schon bemerkt ich habe über 800 videos noch 200 videos und ich habe die tausend geknackt ja toll wenn ihr es noch schaffen könnt das werde ich auch und ich werde euch die playlist hier jetzt reinstecken in diesem video und ihr könnt euch das einfach mal einzel mal anklicken und euch anschauen nicht dass ihr mal meine alten videos vergesst und das möchte ich nicht vor allem seht ihr dann wahrscheinlich auch die unterschiede die dieser kanal chronicles of games durchgemacht hat der kanal vor zwei jahren hat er angefangen am 28 10 2011 2011 angefangen habe ich mit akania gothic 4 ein rollenspiel das war mein erstes video oder mein erstes let's play was ich auch fertiggestellt habe damals habe ich nicht mit grabs aufgenommen sondern mit wie game dementsprechend war damals auch die qualität nicht so toll was ich jetzt natürlich schon viel verbessert hat auch vom kommentar stil und natürlich qualität mäßig und natürlich informationen für euch ich wünsche euch viel spaß bei diesem video ich habe euch unterhalten mit meiner netten sympathischen stimme mit meinem sympathischen kanal wie ich es vernommen habe ich habe sehr viel positive kommentare bekommen in letzter zeit und das macht mich sehr 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 stolz dass ich so gut drüber kommen momentan ich wünsche euch viel spaß bei die playlisten schaut euch durch und was euch interessiert klickt ihr an und schaut auch nach zwei jahren bin ich immer noch bereit eure wünsche zu lp aber auch verbesserungsvorschläge anzunehmen tipps und natürlich auch kritik anzunehmen das ist natürlich auch klar nach zwei jahren mache ich jetzt bestimmt auch nicht immer gut ich bedanke mich fürs zusehen schön dass ihr dabei wart bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal